Ja, hallo, servus und grüß dich, schön, dass du hier bist. Mein Name ist Claudia Edermeier und ich bin Märchenerzählerin und Autorin aus Linz. Und heute habe ich euch eine Geschichte von den Samurai mitgebracht. Die Samurai, das waren die Ritter Japans. Und sie waren zuerst einfache Soldaten und später aber waren sie Adelige, besaßen manches Mal auch Land und sie regierten das Land sehr streng. So durften die Bauern nicht aufschauen, wenn ein Samurai an ihnen vorüberritt. Japan hatte 250 Jahre lang Frieden und in dieser Zeit widmeten sich die Samurai der Vollendung der Schwertkunst, aber auch der Malerei, der Dichtkunst und der Schönschrift der Kalligrafie. Vor gut 450 Jahren lebte der Schwertmeister Tsukahara Bokuden in Japan. Und von Bokuden werde ich dir jetzt erzählen. Eines Tages saß er auf einem Floß und beobachtete den Fährmann, der das Floß sicher durch den Fluss führte. Bis auf einen Samurai, der sich ebenfalls auf dem Floß befand, war es still. Der Samurai aber, das war ein sehr eingebildeter Kerl. Er prallte, gab an mit seiner Fechtkunst, mit seiner Schwertkunst. Er sagte, ich bin der beste Schwertkämpfer weit und breit. Ich habe viele Feinde erschlagen und außerdem bin ich ein ausgezeichneter Bogenschütze. So stolzierte er auf und ab und die anderen, die auf dem Floß saßen, die betrachteten ihn mit ängstlichen und teils ehrfurchtvollen Minen. Bokuden kümmerte sich nicht um ihn. Dabei merkte ihn der Samurai und sagte, Na, was ist mit dir? Du trägst selbst zwei Schwerter als Zeichen, dass du ein Samurai bist. Willst du nichts dazu sagen? Nun, meine Kunst ist eine andere als die eure. Was heißt denn das? Meine Kunst, die soll nicht dazu beitragen zu siegen. Sie soll mir dabei helfen, nicht besiegt zu werden. Das ist ein Unterschied. Ach ja, und welcher Schule gehörst du an? Der Schule ohne Schwert. Der Schule ohne Schwert. Du würdest also ohne Schwert mit mir kämpfen? Ja. Und ich würde euch vielleicht sogar besiegen. Hahaha, also, das will ich sofort feststellen. Fährmann, bring uns ans Ufer. Und Bokuden sah, dass am Ufer viele Leute warteten. Er sagte zum Samurai, Was haltet ihr davon, wenn uns der Fährmann zu der Insel dorthin fährt? Hier sind zu viele Leute. Es könnten Leute verletzt werden, wenn wir kämpfen. Der Samurai war einverstanden und der Fährmann brachte sie ans Ufer der unbewohnten Insel. Sofort sprang der Samurai an Land, wirbelte herum, zog gleichzeitig sein Schwert. Bokuden aber, der nahm seine beiden Schwerter ab, reichte sie dem Fährmann und blitzschnell packte er die Fährstange und stieß das Floß vom Ufer ab. Verdattert stand der Samurai da, dann packte ihn die schreckliche Wut. Er drohte mit der Forst, er fuchtelte mit seinem Schwert. Bokuden aber verneigte sich und sagte, Und das, mein Freund, ist die Schule ohne Schwert. Auf Wiedersehen, Tschüss, ich wünsche euch einen schönen und friedvollen Tag. Baba, bis zum nächsten Mal.